Spielen sie für mich. Ich muss Geld haben. Ich muss unbedingt Geld haben. Ich habe Schuld. Ich habe Schuld. Ich muss jetzt unbedingt Geld haben, koste es was es wolle. Gehen sie spielen. Gewinnen sie im Roulette möglichst viel für mich. Ich muss jetzt Geld haben. Koste es was es wolle. Es gibt Spieler, die versuchen nur nicht, ein hartes System zu erkennen. Sie sitzen stundenlang an den Spieltischen, quotieren die Zahlen ein und verlieren am Ende genauso wie alle anderen Sterblichen, die ohne Berechnung spielen. Aber jetzt habe ich schon erlebt, dass zum Beispiel die Papro 22 macht. Die hintereinander macht. Das ist nicht mehr wunderbar für, meine Damen und Herren. 13 gewinnt. 24. Nur noch. Es kann schon einmal vorkommen, dass durch die Männer ein Abend durchgeschoben wird und sich das Geld leiten, das eigentlich wiegt. 50. 30. Da ist es! Nein! Das ist! Das ist! Haaaключ!